So, hi und hallo mal wieder. Ja, ihr habt richtig gelesen und ja, ihr seht richtig. Die brandneue und aktuelle Just Kitted Magazin Nummer 8 für 5 Euro. Mit einer limitierten Karte, ein passendes Booster-Tütchen dazu, der FIFA 365 und ein Sticker-Booster, der FIFA 365. Alles die 24er-Kollektion und das möchte ich jetzt euch gerne zeigen. Und damit ihr auch wisst, lohnt sich das oder lohnt sich das nicht? Schreibt mir auf jeden Fall in den Kommentaren. Also wie gesagt, das neue Just Kitted Magazin. Oh, ist Täterfilm. Sticker-Booster, der FIFA 365, die brandneuen und aktuellen. Müsst ihr auch noch mal mit ein paar Blister hier. Dazu ein passendes Booster-Tütchen, der FIFA 365. Und dazu die passende limitierte Karte, der FIFA 365, ja. Er ist mir nicht ein guter Spieler. Er ist zwar nicht mehr bei uns, ist trotzdem ein guter Spieler. Das dazu. Und das Ganze für 5 Euro und dazu gibt es noch das Magazin. Und da blätter mir jetzt drin, oder ich blätter drin herum und zeige euch, was euch erwartet, wenn ihr das Magazin kaufen wollt oder schon gekauft habt. Und das ist natürlich sportlässig. Auf die Vereine gehe ich nicht ein. Das wisst ihr ja. Würde ich auch nicht tun. Top-Kicker 24. 90, 90, 5 Punkte. Okay. Merging Dising darf natürlich fehlen. Fehlersuche. Dann hier verschiedene Poster. Oh, nicht jetzt nicht einzeln raus. Was haben wir hier? Oh, es weihnachtet sehr. Die neuen Kalender. Kalender sah ich schon. Spielzeugkataloge. Cool. Und hier? Spielzeug... Oh, ist der hässlich. Spielzeugkataloge. Schnell weiter. Poster, immer noch die Poster, immer noch die Poster, immer noch die Poster. Ja, da ist er. Stadions. Stickeralbum. Wenn euch das zu schnell gegangen ist, kennt ihr ja den Trick, immer wieder auf Pause drücken. Dann könnt ihr ranzoomen. Kleine witzige Comic-Beilage. Das, was ihr so eingeschickt habt. Und das war's. Nächste Just Kitted Magazin kommt am 15. Dezember. Das ist aber jetzt zur Zeit das Neueste und Aktuellste mit zweimal FIFA 365, einmal Sticker, einmal Booster und natürlich das Wichteste, die limitierte Karte. All das für 5 Euro. Ihr schreibt mir natürlich eure Meinung, eure Kommentare jetzt. Nein, 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 nein. Wir machen das Booster-Tütchen auf. Vielleicht ist ja da was Arbeitsrohrwertiges drin. Glaub ich zwar nicht. Alles im Design zerpacken hier. Machen wir spannend. Ranzoomen. Oh, schaut mal. Eine weitere limitierte Karte. Drei Karten nur drin. Und davon eine limitierte Karte. Also, ihr habt's gesehen. In das brandneue und aktuelle Just Kitted Magazin. Zwei limitierte Karten. Einmal den Booster, einmal lose. Perfekt. Auf jeden Fall. Oder was meint ihr? Aber nichtsdestotrotz eure Meinung, eure Kommentare jetzt dazu. Und das Allerwichteste ist, bleibt gesund. Ihr und eure Familien. Und dann, wie immer, bis demnächst. Guckt hin und schaut zu.